Hallo, ihr Motorradverrückten! Heute zerlegen wir gemeinsam den Vergaser der Yamaha XS400 und zwar geht es hier im Speziellen um das Modell 12e. Bevor wir loslegen, schauen wir erstmal, was wir an Werkzeug benötigen. Ihr braucht einen Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2. Dann habe ich hier verschiedene große Schlitzschraubendreher auf dem Tisch. Eine kleine kräftige Taschenlampe hilft ganz gut. Einen Gabelringschlüssel in der Größe 14 Millimeter und eine kleine Spitzzange.